Bei der Wanderung zur Caldera del Cuervo kann man nicht nur um den Vulkan herumlaufen, sondern man kann sogar in den Krater hineingehen und ihn auch von innen erkunden, da er an seiner Ostseite weit aufgerissen ist. Die gesamte Strecke beläuft sich auf ca. 4 km und hat kaum Steigungen. Einen Parkplatz gibt es direkt an der LZ 67, direkt am Start des Wanderwegs. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Am Vulkan angekommen hält man sich rechts, da es dann an der Ostseite in den Vulkan hineingeht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020